Zwei Minuten sind um. Moment. Heisey. Nein! Das war ein geiles Tor! Yeah! Es war... Es wäre zu lange hier zu bleiben. Und jetzt hat Heisey so richtig die Visitenkarte abgegeben. 4 zu 3 in der Verlängerung. Aber schauen wir uns das jetzt an. Ja! Er nimmt ihn wieder auf. Beschrieben habe ich es Ihnen ja schon. Wahnsinn! Wahnsinn! Habe ich nur einmal bis jetzt erleben dürfen. Live von Dübä. In der deutschen Eishockey-Liga. Jetzt haben wir es auch. Schwarz auf Eis. Wir brauchen uns nicht mehr anfordern. Er ist so ein Goal. Und ihm haben wir noch angestachelt. Vor dem Spiel haben wir gesagt, Mensch, Rob Heisey, zeig uns doch ein paar deiner Kunststücke. Beim Aufwärmen, denn beim Spiel ist es sicher schwierig. Nein! Im Spiel macht er das. In der Nachspielzeit. Was für ein Goal! Wir werden noch hunderte von Jahren von diesem Tor träumen. Und sicher auch Kurt Harron und ihr König ein bisschen heute Nacht. Das war der Nachspiel. Wir werden noch ein Goal! Wir werden noch ein Goal!